Hallo zusammen, das heutige Rätsel heißt die verflixte 12 und es geht wie folgt. Die Zahlen 1 bis 7 sind so auf die Felder der unten stehenden Figur zu verteilen, dass sich auf jedem der beiden Kreise und auf jeder der drei geraden Linien die Summe 12 ergibt. In einigen Sekunden gibt es die Lösung dazu und am Ende des Videos könnt ihr abstimmen, wie ihr das Rätsel fandet. Viel Spaß damit! Kommen wir zur Lösung. Hier ist die Lösung, denn 7 plus 1 plus 4 ergibt 12, 4 plus 5 plus 3 ergibt 12, 4 plus 6 plus 2 ergibt 12, 2 plus 7 plus 3 ergibt 12 und 5 plus 6 plus 1 ergibt auch 12. Jetzt könnt ihr abstimmen, wie ihr das Rätsel fandet und wir sehen uns beim nächsten Rätsel. Bis bald! Hat euch mein Video geholfen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal an Klassenkameraden und Freunde weiterempfehlen würdet. Bis bald! Bis bald!